Du duu Bis 77 und was sind wir? 85 Lalalala, da brauchen wir jetzt mal hier wieder runter Bis auf 77 und bauen dann mal den Durchzug In der Hoffnung, dass das jetzt nicht ganz so schlimm ist So Bis 77 und das dauert noch eine Weile Ich glaube, da wären wir sogar mit einer Spielsage schon durchgekommen So 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 So, 81 Ebene 80 Komma 6,2 Warum eigentlich die Komma 6,2? Weile ich nicht So Ähm 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 Noch ein bisschen was Schon 79 78 Und ich muss auf der 77 stehen Okay 78, 77 Gut So Und dann in die Richtung Mal schauen Tatsächlich Tatsächlich Hey cool Perfekt getroffen Äh Okay, dann halt hier Ich wollte grad sagen, so viel zu perfekt, aber Mh Mh Na ja okay So, das heißt dann aber Doch Dann kann hier eigentlich alles raus Ne Pass mal auf Die Mobs kommen von hier Das heißt 1,2,3,4,5,6 Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Weil man das Wasser hier noch sehen soll Das heißt dann Muss ich hier noch einen hoch Achso, aber dafür bräuchte ich das ja wieder ein bisschen Cleanstone Der gerade in meinem Lager rummort So Äh, 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 äh Lager, Lager Äh, der Quatsch hier So, wir machen erstmal einfach die ersten drei mit Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap eine schicht hier kommen sie raus ach verdammt das war jetzt unnötig ist denn hier kommt dann nämlich die wand rein die hintergrundwand so besser da 200 stück habe ich noch mit ich hoffe das reicht 2 eigentlich eigentlich reicht 2 ja ja doch reicht endermen kommen ja eh nicht mehr runter die sobald hier mit wasser in bürgung kommen ich bin weg also so die lavafalle 1 2 3 4 5 6 7 8 perfekt doch perfekt aber das hier kann man mal raus hallo geh weg hallo wie kommt man noch runter ach du scheiße nee nicht ernst oder nee pass auf da mogel ich also das fühle ich jetzt sicher nicht alles aus ich hau da jetzt lediglich meine facke rein so spawnt jetzt auch nix aber ich bin bescheuert und fühle das nicht alles aus so fertig damit hat sich das für mich so weg 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 hallo weg 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 so ok die viecher kommen hier raus 1 2 3 4 5 6 ok von mir aus dann 1 2 3 4 nach da lava fließt 4 oder ich glaube schon so wasser fließt erst mal 8 das heißt 1 2 3 4 5 6 7 8 und hier bleibt stehen das heißt hier muss schon der abtransport der kanal der das ganze weg bringt das ganze zeug das heißt die erste lava kann eigentlich locker hier rein ich bastel das mal damit das heißt lava kommt bis dann hierhin oder eigentlich kann ich das da ja so lassen nee so 1 2 3 4 kommt lava oder ne miss die steine mache ich doch lieber da raus ich glaube die sieht man dann das ist ja immer geil wenn man mitten in der aufnahme auf einmal einen anruf kriegt warum man nicht so das ist ja immer geil wenn man mitten in der aufnahme auf einmal einen anruf kriegt warum man nicht so man 1 2 3 und der vierte fließt lava ui geht das nicht auch mit 3 ich glaube das geht auch mit 3 oder geht das auch mit 3 ich hoffe mal dass es auch mit 3 er geht die beiden waren übrigens gerade unnötig ja gut holen wir uns erstmal glas wir brauchen glas ich hoffe dass wir noch glas haben oh ne wir haben kein glas mehr ne ähm ähm doch klar wir haben noch eine menge glas hier guck mal 54 stück das habe ich jetzt halt schon wieder in meiner tasche hier kommt auf den einen stone hier pfeife ich gerade so glas 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 ist so wundervoll emma hau ab danke emma pass auf hier kann ja schon mal glas hin aber ich muss mich ja noch nach dahinter bauen so das heißt ich musste mal nach da oben und zwar hier ich müsste hier nochmal rein machen wir das mal gehen wir mal hier nochmal rein auf die Ebene auf die Ebene so die steine kommen wir sowieso gleich wieder auf den platz naja dafür bin ich mal das hier genau so das ist nämlich das Loch das Loch für den Abtransport das passt denn nur mal kurz hier runter so hier kommen die Items rein dann haben die müssen jetzt irgendwie nach da öfff was für ein Kanal soll ich noch gleich nach da gehen lassen das hab ich mir ganz geil gemacht öhm komm mal von hier 1 2 3 4 5 noch ein nach da 5 5 5 5 5 5 6 oh was ist das jetzt ich glaub hier brauch ich sogar kein mehr wir machen hier einen Wasserklumpen rein dann haben wir 1 2 3 4 5 6 7 8 ok bis hierhin fließt das Wasser ne ich will aber ne ich wollte es ja ah ich wollte es ja einmal durchgehend haben genau das heißt 1 2 3 4 5 6 7 hier muss ich wieder eine runter alles klar wann bin ich ups wann bin ich denn hier äh wann komm ich jetzt hier hinten an äh ab 150 244 150 244 150 mhm gau mal 7 nach da jetzt aber ich hätte hier gern doch irgendwie sowas 1 2 3 ne 1 2 ne 1 2 3 4 äh es geht los das ist das ist blöd das ist blöd hm wie stelle ich das eigentlich an ich muss ja da rein äh na ist ja ganz toll so wie macht man das denn 1 1 2 3 4 5 6 7 7 erst ist wieder einen runter und dann 1 2 oh jetzt stört ihr schweinchen hier müssen wir auch für kleinen schweinchen ich lasse ich jetzt auch mal raus so und es haut alle ab hier äh äh 2 3 4 5 äh 1 2 2 3 3 4 5 6 1 2 hm ganz schön blöd ich muss den stall umbauen ne mhm merk schon 1 2 ne pass mal auf welcher Ebene muss ich denn bitte da rein ne welches Ding mein das ist 144 252 parallel dazu bin ich da das heißt das hier muss nochmal weg 1 2 3 4 5 6 7 dann muss ich hier noch einen runter weg so 1 2 3 4 ich geh jetzt einfach mal eiskalt hier runter ja dann passt es dann passt es eigentlich auch so von her warte mal 1 2 3 4 5 6 doch das passt dann auch ok das heißt eigentlich kann ich dann hier nämlich dicht machen und weil es zu vorsicht mache ich da auch nochmal dicht um die Schweine rauslaufen ähm ok haust du wohl ab hallo geh ey willst du mich veralbern geh raus ja hau ab hallo ey ich hab auch kein Weizen mit um mich rauszulocken achso ja ok oder geh da oben raus soll mir auch recht sein ne so ich denk dann muss ich den Stall auf jeden Fall um einen verkleinern obwohl den muss ich eigentlich nicht da hab ich auch andere Möglichkeiten hm na gut wie immer es sei dann hier 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 ich kann das aber auch alles weg 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 ach komm hier weißt du was ich den Stall benutze ich zurzeit eh nicht also komm hau weg das ganze Zeug jetzt hier Ende na ich wollte hier eigentlich nicht aber ok so der wird grad sowieso nicht genutzt da oder ich